Das Wort hat für die Fraktion der Grünen Frau Vorsitzende Harms. Generalsekretär Ban Ki-moon, ich möchte Ihnen, gerade weil ich denke, dass auch Ihnen das Herz bricht, jeden Tag wieder, wenn Sie nach Syrien gucken, ich möchte Ihnen und den Vereinten Nationen gratulieren zu etwas, was zumindest gelungen ist. Weil das kann man über das Pariser Abkommen sagen, das kann man jetzt auch über den Ratifizierungsprozess sagen. Und ich bin tief davon überzeugt, dass dieses Abkommen für den internationalen Klimaschutz bedeutend ist, aber dass es eben auch bedeutend ist für die Vereinten Nationen, die Sie bis zum Ende dieses Jahres noch führen werden. Ich wünschte Ihnen, dass Ihnen auch etwas gelingt angesichts des Schreckens, der aus Syrien und aus Aleppo berichtet wird. Von Frau Royal erwarten wir als Grüne in der Europäischen Union, kann ich sagen, erwarten wir, dass der Rat jetzt nicht nur entscheidungsfähig ist im Ratifizierungsprozess, sondern auch handlungsfähig wird und zwar ehrgeizig handlungsfähig wird. Die Europäische Union hat alle Technologien, um anders zu wirtschaften. Wir können anders Energie erzeugen, wir können Transport anders organisieren. Wir müssen aber endlich auch mal springen. Wir dürfen nicht mehr zögern. Diese Konsequenz, die Sie heute hier demonstrieren, die brauchen wir dann demnächst bei den Handlungen, für die die Spitzen der Europäischen Union stehen. Was wir in Europa machen, wie wir wirtschaften, in den Industriestaaten dieser Welt, das ist entscheidend für die Zukunft von Menschen außerhalb der Europäischen Union, nicht nur heute, sondern morgen und übermorgen. Das Thema Flucht werden wir hier nicht diskutieren. Aber das Klimaabkommen ist tatsächlich eine Riesenherausforderung und die Europäer haben in den letzten Jahren an Ehrgeiz gegeizt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.